und Raketen aufstocken Shotgun und Repeater brauchen wir nicht können wir einfach brauchen wir auch nicht wir sind voll ausgerüstet schauen wir nach ob wir gut aussehen ja wir sehen gut aus das liebe ich an Schock, das Schild ist so schnell weg und dann haut er ein paar mal drauf und dann sind die Dinger weg wo kam das denn jetzt her naja von dem Knallhauten Banditen da hinten ja komm stell dich hier hinter das Ding und ich beller so weit oh 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 der ist 18 hast du alt schon? Level 18 ja achso ich spawn ja eh direkt ja schon gut sonst geht das Ding auf mich los oh jetzt muss ich wieder bezahlen für was jetzt? 3000? 10.000? komm geschützt zeig was du kannst jetzt zeig dir was er kann oh Gott da stehen noch zwei verdammt stört du Fido Blut jawoll level up jawoll level up und das war er aber jetzt letztes Ding auf Shotgun jetzt macht man eine Shotgun 25% mehr Schaden und noch irgendwas eine Schockkleber die Mini minus 25% Streuung jawoll ruhig ruhig brauner ruhig ne jetzt gehts rund wo kommst du denn her? weißt du was das Nachteil an den Raketen dafür ist? der hat nur einen Schuss ja der ist hart oh ich muss da hängen geblieben wo sie nicht hätte hängen bleiben sollen bam ich habe mit der Granate erschossen low level up den Schläger hilf mir hoch ja 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 brennender Psychopath hat mir nur noch geschlagen wir sind viel zu low noch für das Gebiet weißt du das? ach quatsch lass mir den Psychopathen hab ihn oh man lass mir den Schläger killen 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 ja 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 nimm den anderen der andere nein ich habe gerade den letzten Schuss gemacht komm 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 jawoll so muss das laufen was gibt denn hier schönes wir sind viel zu low für das Gebiet mein Freund die sind Level 18 wir sind Level 15 ja mehr EP komm mein Freund du stirbst noch oh ja toll ich hit in dir runter ja toll bittesehr hm hat ja doch hingehauen Alter wo kam der Schuss jetzt schon wieder her? von da oben Kiste Sniper Kiste zwei Sniper was für welche? Solid Sniper mit 66 Schaden und 97 Genauigkeit und eine mit 51 Schaden und 91 Genauigkeit kein Feuer oder sowas irgendwie das eine ist normal und das andere ist auch normal nehm wir die da nehm wir die da nehm wir die da das ist doch keine Sniper was leiterst du? das ist n ich hab ne Sniper ja aber hier die andere nicht oh so wie ein Rifle tut mir ja leid Mensch ey mir gefällt das gar nicht wir werden gegen Slash so verlieren ach glaube ich nicht wenn das ein knallharter Ding schon fertig macht ja guck mal das waren noch viele ja am Anfang war es ein knallharter ich mache mal die Tür auf hier ich schlafe trotzdem oben lange oben gibt es Kisten ja und unten wir die Tür schützen oh Waffenkiste was ist da schönes drin oh meins egal was du sagst das Ding ist mir was hast du bekommen? Moment du Arsch die hier mit einer Explosivwaffe ne? Schieß mal oh Einzelschuss fuck mit 6 6 Schussmagazin hier ist glaube ich schon noch eine Kiste irgendwo kritischen Treffer machen dem auch nichts aus du bist nicht der Einzige der draufhangen kann mein junger Freund h ja h h h h h h bandit ja ist schon gut ich weiß was du möchtest ooooh was haben wir da alles Müll wenigstens Granaten die gehört mir und die ist im Gegenteil auch nicht da unten geht es so rund da hinten steht ein Geschütze ich guck mal ob ich das mit dem Sniper vorher wegkriege du musst dich dann wohl um den Rest kümmern wenn ich den da hinten mache oh Gott ich mach dem ja gar keinen Schaden ich auch nicht ich schieße auch da drauf warte ich zieh mal andere Geschütze auf das sollte ihm etwas mehr weh tun als uns ich nehme jetzt einfach mal das Explosivding vielleicht bringt das was ich schieße mit dem Raketenwerfer auf das Ding und das juckt ihn nicht besonders doch er ist tot der Schütze ist tot ich habe den Schützen runter geschossen kann alles dann ist alles okay ich habe eine Idee wenn wir das klappen könnte wenn wir es jetzt schnell genug rüber schaffen dann können wir mit dem Geschütz ja ich wollte sagen lenkt du mal ab ich laufe rüber zum Geschütz oh Gott verreck ich du sollst nicht mit rüber laufen du sollst nur ablenken ja höh das sagst du so einfach ich verreck hier elendst der war nicht rechts neben dir der war nicht rechts neben dir ja ja passt schon ich komme jetzt einfach hoch jetzt stelle ich hier Ding hin da hier kommt ein knall harter alter was hält der aus man das ist doch noch mal was der an Kugeln aushält mein shotgun frisst der ganz schön oh komm ein schuss noch jawoll was hier alles aussagt man schiss man oh da kommt was weißt du da wisch ich aber noch nicht ganz nach dem den darfst du dich kommen ok jetzt erwische ich ihn das ist sowieso ein fettes geiles Geschütz man da hinten kommt auch noch was kannst du direkt mal hier mit dem Typen oh Waffenkiste hey ich will auch Waffen ja 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 ich gucke nur gucken nicht nehmen aber die shotgun hätte ich gehen oder ne ich will die Sniper oh krass what the ah von da oben krass dass die mich überhaupt treffen die sind beide geil ey Sniper du kannst die shotgun haben 45x12 das ist besser als deine oder ne du kannst wenn du Sniper haben möchtest du nämlich mit dem Shotgun mir ist es wurscht und nämlich mit dem Shotgun ich hab nämlich noch keine die Sniper macht grad mal äh macht mal übelst doppelt so viel Schaden wie meine alte ja wie meine auch oh da oben kommt schon wieder so ein fetter lass wieder zum Geschütz laufen ja ich hab mich aufs Geschütz du gibst Deckung mit dem Sniper ja ja wenn ich wenn sehe das stimmt du Mistvieh ach jetzt kriegen wir bald an die ersten Artefakte nein nein sag an ich freu mich schon ich will auf jeden Fall Schock Artefakte ach was schießt du da ach da hinten sind auch welche aber jetzt links von uns sind jetzt noch 3 oder 4 Stück ach das machen wir dann so wir müssen außerdem sowieso da hoch oder? stell dich vor mich da hinten nein wir müssen hier hoch da müssen wir hoch ja hier aber hinter uns sind auch welche ja knapp ist halt noch weg hört schnell zu der